Hallo, Spongebob. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Warum kann ich nicht mal jemanden erschrecken? Gib mir ne Chance, Leute. Wenn du die Leute richtig erschrecken willst, brauchst du erstmal ein gutes Kostüm. Na, was meinst du? Klasse, ich nehm dich als Süßigkeitenbeutel. Nein, nein, ich bin doch der Geist des fliegenden Hollanders. Nee, irgendwas fehlt da noch.